hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video genau so heute ist ostern sonntag und wir sind jetzt gerade ein bisschen spazieren gegangen jetzt guck euch mal diesen schatten an ich weiß gar nicht fragen soll ich wie meine tante anfangen zu filmen weil meine tante filmt immer viel natur bäume das alles so sollte das hier war meine schule wo willst du fußball spielen warte da schon mal da gibt es auch so einen kleinen spielplatz warte ich hier schon mal da war mal alles aus holz so leute wir gehen jetzt zu dem spielplatz dahinten da war so wie es aussieht nur alisa die anderen waren da noch nie ach so ja ich verstehe alles wurde grün gemacht ich weiß auch warum unser ganz spielplätze grün aber das was geblieben ist ist diese rutsche mit diesem holz also leute ich habe schon verstanden hier könnt ihr auch fußball spielen sonst was alles also leute ich sage euch eins diese schauke ist auf jeden fall neu diese bank ist neu genauso wie der mülleimer dort bei diesem sandkasten aber aufgröne holzbank genauso wie ich glaub diese dinge hier sind auch neu das ist auch hier neu und diese wirklich auf jeden fall auch und hier wurde das auch glaube ich gefärbt wenn ich mich nicht irre aber ich kann mich irgendwie nicht mehr daran erinnern was sie davor war er guckt jetzt kann ich jetzt jetzt könnt ihr zu zweit hier schaukeln so leute wir haben jetzt hier zusammen bisschen fußball gespielt davor nicht hier getobt und jetzt wollen wir gleich langsam schon ein bisschen weitergehen die sind alle ko danach wollten die erstmal ein bisschen schaukeln ein bisschen so zur ruhe kam also wie es aussieht daniel ist immer noch aufgeladen leute seit wann ist hier so ein amazon gut wer ist der denn nein der hat einen anderen namen jeder amazon hat einen anderen namen wie wird das ausgesprochen leute jetzt gehen wir richtung stadtsee durch durch richtung das ist richtung stadtsee ist nicht durch den stadtsee leute wir sind jetzt hier angekommen wo sieht ich die fische sicher keine fische leute da hat jemand hunger ich wollte gerade sagen katze katze als wann ist das hier eine katze guck auf das weiße ding da und dann siehst du da schwindet die ganze was rüber und so ja so eine ganz kleine sehe ich hier an der anderen seite sieht man die eigentlich mit der bauch glänzt und der bauch glänzt so sieht das hier aus hier ist alles voll mit lunge ich bin schön jetzt bin ich gewusst aber willst du mit fahrstuhl fahren oder wie oder schaffst du die treppen hier runter was ok gehen wir jetzt runter ja gesagt ich bin schon wieder runter ist falsch herum was guckst du so abonnieren und like darstellen